Das war knapp härter. Bei Eintracht Trier kam der Berliner Fußball-Bundesligist am Freitagabend mit einem blauen Auge davon. Eine spannende Partie hatten sich die Fans beider Lager erhofft und wurden nicht enttäuscht. Die Hertaner waren per Bus angereist. Die Polizei war zwar überall präsent, konnte sich aber im Wesentlichen auf die Verkehrslage vor dem Stadion und den prüfenden Blick im Inneren des Stadions beschränken. Gute Stimmung im Eintracht-Lager vor der Begegnung. Die Gastgeber zeigten im Mosel-Stadion vor dem drei Klassen höher spielenden Gegner wenig Respekt. Kein Vergleich zum 0 zu 9-Debakel vor einem Jahr im Pokal an gleicher Stelle gegen Schalke 04. Dennoch in der achten Minute bereits das 1 zu 0 für den Erstligisten aus der Hauptstadt. Doch die Eintracht bricht nicht ein. In der 26. Minute handelt der aufgerückte Innenverteidiger Kevin Lacroix goldrichtig. Das 1 zu 1. Mit mehr Ballsicherheit, zügigen Kombinationen und tollem Einsatz zieht die Eintracht die meisten der knapp 6000 Zuschauer in ihren Bann. Mit zunehmender Spieldauer in der ersten Halbzeit greifen die Rädchen im Team von Eintracht-Trainer Werner Weiß immer besser ineinander. Doch Fabian Lustenberger bringt nach einer Stunde die 2 zu 1 Entscheidung. In der Schlussphase kann der Regionallegist die Berliner nicht mehr entscheidend in Bedrängnis bringen. Stattdessen markiert Patrick Ebert noch das 3 zu 1 in der 81. Minute für die Hertha. Er sagt halt, er war überglücklich und er wusste gar nicht mehr über ihn mit seinen Emotionen und ist direkt dann quasi auf den Boden gerutscht. Steil war für die Fans und möchte sich halt bei den Fans bedanken. Ja, richtig. Ja, heute hat es leider nicht gereicht zum Sieg. Ich denke mir, wir haben trotzdem ein gutes Spiel geliefert. Und etwas enttäuscht bin ich schon, weil ich gehofft habe, dass wir weiterkommen. Irgendwie denkt man immer, dass man weiterkommt, man gibt sein Bestes. Aber im Moment kann man froh sein auf die Mannschaft. Und wir haben super Leistungen gebracht und ich bin stolz auf meine Mannschaft. Es ist sehr schade, dass es verloren ging, weil die Trierer haben sehr gut gespielt. Hätten müssen nur das Tor machen. Das Entscheidende haben sie leider nicht gemacht und da sind sie halt bestraft worden. Aber wie gesagt, war ein überragendes Spiel von Eintracht-Trier und war halt heute mit Pech ausgeschieden. Eintracht-Trier